Der Cap Future Pin ist ein aus Törling Silber und 18-karätigem Gelbgold gefertigtes Schmuckstück, das euch durchs Leben begleiten und einerseits an die bisherige Leistung, andererseits an die Chance erinnern will, die ihr durch diese Ausbildung bekommen habt. Er symbolisiert die Beendigung eurer bisherigen Ausbildung, gleichzeitig aber auch den Beginn eurer weiteren Entwicklung. Ein Symbol, das ihr als Captains so oft wie möglich anstecken sollt, damit über die Idee der Cap Ausbildung gesprochen und sie so weitergetragen wird. Außerdem soll dieser Pin ein wertvolles Wiedererkennungszeichen zwischen Gleichgesinnten sein, die zum Kreis jener gehören, die bereit sind, Außergewöhnliches zu leisten. Der Cap Future Pin beinhaltet einige wichtige Symbole für euren weiteren Lebensweg. Die Spirale weist auf eure Entwicklung hin, an deren Beginn die Cap Ausbildung steht. Sie endet an einem Punkt, der den Augenblick oder das Jetzt darstellt und seiner Wesentlichkeit wegen mit einem brillant geschliffenen Diamanten besetzt ist. Ein Rohdiamant ist ein ziemlich unscheinbares Mineral, doch durch jede Facette beginnt er mehr und mehr zu strahlen. Vollkommen geschliffen versprüht er ein Feuer, wie es kein anderer Edelstein zu entwickeln vermag. So steht der Brillant für den Feinschliff, den es in der Entwicklung eines jeden Menschen braucht, für den Facettenreichtum, der dazu befähigt, in viele Richtungen zu strahlen, für das innere Feuer, mit dem seine Aufgaben zu meistern, man imstande ist und für das Weitergeben seiner Begabungen und Fähigkeiten. Der Raum über dem Brillanten stellt die Zukunft dar, die darin liegt, aus der Fülle von Möglichkeiten die eigenen Perspektiven zu formen. Ein weiteres wichtiges Symbol ist der Spiegel, der für die wichtigste Eigenschaft steht, die eine erfolgreiche Führungskraft ausmacht, die Selbstreflexion. Die Fähigkeit, die vielen Spiegel, die man im Lauf seines Lebens vorgehalten bekommt, zu analysieren und für die eigene positive Entwicklung zu nützen. Die Eigenschaft, bei allem, was man im Leben tut, sich selbst in die Augen schauen zu können. Ich gratuliere Euch zu dieser Auszeichnung herzlich und wünsche Euch auf Eurem weiteren Lebensweg viele positive Erfahrungen und Erfolge. Keep the CAB Spirit alive!